Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind ja letztes Mal in diesen Maps gewesen. Wir haben eigentlich relativ weit geschafft. Also anfangs war es noch ein bisschen schwer. Da wurden wir one-hitted von einem Boss, der war wahrscheinlich einfach zu schlecht ausgewürfelt worden und hatte ein bisschen Bonis von Creed Chance gehabt. Selber die Map noch Creed Chance und dann wurden wir one-hitted. Und 2 danach wurden wir auch noch mal one-hitted und seitdem lief es. Also wir haben ja 5, 6, 7 ungefähr Maps gemacht und die waren dann relativ einfach. Jetzt schauen wir, dass wir die Kampagne dann noch zu Ende machen und ab dann gibt es immer abends oder fast jeden Tag zumindest ein Livestream. Ungefähr so 19 Uhr oder schon 16 Uhr, je nachdem wie es mir geht. Und da werden wir einfach Maps grinden und Arena machen. Vielleicht Arena auch mehrheitlich eher dann wieder in einem Let's Play Park, aber damit wir mit diesem Charakter vorwärts kommen und hoffentlich auch ein hohes Level erreichen. So, jetzt habe ich hier noch die Drachen-Quest abgegeben. Die haben wir einfach noch nicht abgegeben gehabt. Ich glaube, mit dem Charakter haben wir den Drachen sehr, sehr spät gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall, es gibt jetzt auch wieder Broken Beats, neue Broken Beats bis Level 600. Und das ist schon gewaltig viel stärker als dieser Beet wahrscheinlich sein kann. Aber ich werde solche Beats extra nicht ausprobieren, weil für mich ist das Cheating. Es ist einfach schlechtes Balancing und ich nutze schlechtes Balancing nicht aus. Ich will Beats zeigen, die Spass machen, die nicht overpowered sind und ja, gar nicht so extrem ist, da einfach alles runter mähen können. Ich habe jetzt den Rip-Bloot schon auch relativ in dieses Level gebracht. Also bin ich irgendwo hier. Ich weiss nicht genau, wo es ist, wo ich genau bin. Und ja, der macht viel weniger Schaden. Vor allem gegen Bosse, die zäh sind, macht er einfach noch zu wenig Schaden. Ich muss auch Level 35 werden. Dann macht er hoffentlich viel mehr Schaden. Aber ich werde mal ein bisschen mehr Gedanken machen, was ich für einen nächsten Beet machen werde. Das wird natürlich noch lange gehen. Aber ja, ich kenne halt das Spiel jetzt nicht unbedingt so gut wie die besten Bildmacher oder vielleicht noch ein bisschen Hilfe von jemandem, der bessere Bilds machen kann, als ich alleine aus dem Kopf. Oder? Also, ja, ich kenne mich ja gut aus mit anderen Hack'n'Slay's, aber mit Last Depper hatte ich das Gefühl, ja, es wechselt sich noch zu viel. Dann hat man immer das Gefühl, ja, man erkennt sich jetzt noch nicht so gut aus. Und das will ich lieber dann nicht irgendwie höher machen und dann wieder Fail Builds erstellen oder so. Also, langsam ist es auch schon mir ein bisschen verleidet, um etwas auszuprobieren. Ich bin halt einfach einer, der ausprobiert. Aber dann immer zu merken, nee, der Bild ist überhaupt nichts. Nee, das ist nicht so meins. Also, ich will jetzt einfach Builds machen, die wirklich hochlevelig werden, ohne dass ich wirklich gut Crafting und Item finden muss. Und das ist meistens, ja, nicht so leicht in diesem Game. Es ist einfach diese Herausforderung, die mich auch ein bisschen den Spaß bringt. Also, ja. Aus der Epoch finde ich einfach viel besser zum Ausprobieren als zum Beispiel Fafixer. Da habe ich das Gefühl, ja, es gibt diese OP-Builds, die kommen relativ gut ins Endgame und dann gibt es die weniger OP-Builds, wo man einfach nicht so gut ins Endgame kommt und viel Grindings. Und das habe ich in letzter Zeit einfach erfahren, dass ich einfach immer den OP-sten Builder so nehmen muss als Solo-Self-Undspieler. Oder eben eher lieber Solo-Self-Undspieler bin und deshalb einfach viel länger brauche und das aber einfach nicht, dass mein Spiel ist. Das Fafixer. Es gehört nicht zu meiner Gruppe, die mehr Herausforderung wollen. Oder? Es ist eher ein Spiel für Leute, die einfach OP-Builds kopieren und danach meinen, ja, sie seien gut in diesem Spiel oder so. Es ist einfach nicht das Spiel. Also, es ist für Leute, die gerne grinden, gerne immer alles wiederholen, ständig, ständig, ständig. Und das ist bei Last Epoch ja nicht unbedingt so. Also, so ein mega, mega Grind ist wahrscheinlich erst im Endgame nötig. Aber da hat man ja automatisch auch bessere Chancen, Items zu finden. Also, es gleicht sich hoffentlich noch ein bisschen aus bis Level 90, 100 oder so. Ich denke, Level 100 wird sehr schwer erreichbar sein. Aber das wäre wenigstens wirklich hochkommen und sagen können, ja. Das Spiel ist eigentlich für uns so ein bisschen abgeschlossen dann. Jetzt ist einfach das Grinding da. Ja, mache hier ein bisschen mehr Live-Streams. Aber es wird wahrscheinlich dann irgendwann zurück dazu kommen, dass man sagt, ne, jetzt fängt man lieber wieder neu an, ein anderer Beet. Und vielleicht hat man da auch noch ein bisschen mehr Chancen, noch andere Ereignisse zu finden. Oder besser, ja, gute Ereignisse zu finden. Und so wiederholt sich das dann halt wieder. Aber gut, man kann ja nicht mehr machen. Also, die Entwickler haben einfach zu wenig Arbeitsstunden, um jetzt wirklich ein Spiel ohne Grind zu machen. Das Grinding gehört einfach dazu. Ich weiss jetzt nicht in diesem Gebiet, wo genau das Ende ist. Ja, bei Transplate weiss ich einfach nicht was kennen. Also eben, das ist eigentlich nicht so nützlich. Wir sollten das wieder raus haben. Also die zwei oben sind auch nicht nützlich. Also diese und diese. Dann müssen wir einfach hier rein. Ja, machen wir nochmal einen Punkt hier rein. Und den anderen eigentlich wieder raus. Das nützt einfach gar nichts. Weil wir nicht in den Nahkampf gehen. Es ist nur für den Nahkampf. Also dass wir wirklich auf den Gegner das Reblood machen. Ah, jetzt weiss ich welches Gebiet das ist. Okay. Wir müssen halt nach rechts und nach oben. Dann gehen wir halt nach rechts und nach oben. Ja, so wie immer kann man natürlich nicht alles auswendig. Aber man erinnert sich dann immer wieder ein bisschen besser dran. Learning by doing ist auch bei diesem Spiel halt wichtig. Wenn ihr nicht selber so viel spielen könnt, dann müsst ihr halt ein bisschen lernen. Indem ihr Videos schaut. Oder ja, im Forum ein bisschen nachschaut. Und ihr könnt ja immer alles gut übersetzen mit diesen verschiedenen Browsern und so. Google übersetzen. Könnt ihr immer alles gut übersetzen. Also das ist halt ein Englisch. Aber ja, ihr werdet es dann sicher verstehen. Sonst fragt ihr mich. Ich kann relativ gut übersetzen. Und dann auch, ja. Es wird eigentlich immer wieder gefragt, ob ich es nicht übersetze. Also ob ich nicht irgendwas erklären kann. Es ist einfach die Sache, dass das Tutorial eigentlich das einzige bleibt. Wenn jetzt jemand natürlich ein neues Tutorial-Ding. Und ich weiss jetzt nicht, was ich genau vorstellen soll im Game. Das Mapsing-System, das ist wahrscheinlich sehr einfach zu verstehen. Und die Arena denke ich mal auch. Ja, wenn man die Quests findet und so, das ist halt eher mit Schneiden. Und das kann ich nicht so. Also das Schneiden, ich brauche endlich mal ein Programm, das wirklich richtig einfach zum Schneiden da ist. Und nicht irgendwie, ja, dann noch den Modus verendet. Dass er das, ähm, die Endung von einer Datei endet. Dass ich das wieder zurück konvertieren muss und so. Das machen die meisten natürlich, damit sie dann Geld verdienen können monatlich von einem Spieler, von einem Video erstellen. Das finde ich eine Frechheit. Also, wie manche Menschen einfach greedy sind und Geld verdienen müssen und so. Ist einfach extremst, oder? Also, man könnte ja mehr spenden oder so. Oder halt einfach auch immer wieder zahlen, aber nicht monatlich immer gezwungen werden. Sondern wirklich freiwillig alles gezahlt werden. Aber gut, ich würde gerne Geld geben, aber ich kann nicht immer monatlich Geld geben für solche Programme. Und deshalb finde ich das Abosystem wirklich eine Schweinerei. Wenn man gezwungen wird, ja, jetzt hat man wieder, ja, so viel Geld und so. Ne, es ist... Es ist für mich einfach dieser Zwang. In einem Spiel, wo auch zum Beispiel täglicher Bonus ist. Ich kann diese Spiele nicht spielen. Also, ich kann dem täglichen Bonus nicht immer folgen. Und dann wird er wieder unterbrochen und so weiter. Ja. Für mich einfach eine kleine Schweinerei, was die Entwickler manchmal wollen. So, was wollen wir jetzt hier? Was ist... Was ist denn hier? Hier sollte doch ein Boss sein, oder? Ne? Okay, hier ist noch nichts. Müssen wir den Entebs anders hier noch in dieser Map machen? Ich dachte, hier wäre ein Boss. Wir müssen irgendwo anders hinnehmen. Ja. Ich habe halt sehr viele Spiele, die ich spiele. Viele kann ich halt auch nicht aufnehmen, weil es irgendwelche Bugs, Anzeige-Bugs haben oder so bei Open Broadcaster Software ist ja sowieso. Das Programm ist in den letzten zwei, drei Jahren viel, viel schlechter geworden. Nicht besser. Viel, viel schlechter. Optisch und so Sachen wurde es besser, ja. Die verschiedenen Anzeigen sind viel besser zu sehen und so. Aber es gibt immer weniger Spiele, die wirklich funktionieren bei Open Broadcaster Software Studio. Also es ist... Ich habe irgendwie das Gefühl, immer weniger Spiele gehen überhaupt richtig. Zum Aufnehmen und so weisst du das mal. Zum Beispiel eben Secrets 2. Geht nicht mehr zum Aufnehmen. Ging immer. Also, ich habe schon mehrere Videos darüber gemacht. Ne. Geht jetzt nicht mehr. Wieso nicht mehr? Was ist der Grund, wieso eine Aufnahme plötzlich nicht mehr geht? Ah, wir müssen den Boss hier zum Beispiel zuerst drücken. Jaja, das ist wieder so ein Airbame. Wann gibt es diesen Airbame-Skill? Ah, Skill. Okay, ist ein bisschen langweilig. Und schon wieder diese Blüte. Vielleicht ist das sogar besser. Wenn wir dann vergleichen. Und jetzt, wenn wir wieder in dieses Gebiet gehen, ist wieder ein Neue Gegner. Du, 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 du was. Wir gehen jetzt mal kurz selbst West unten durch. Wir müssen ja dieses Gebiet auch wieder aus. Also, ein bisschen lernen, wie das funktioniert. Und das weiss ich leider nicht mehr so. Schon haben wir nicht mehr gemacht. Und immer in diese Ablenkung von anderen Games. Und dann kommt ihr wieder zurück zu Last Epoch. Also, nach einem kurzen Spiel, anderes Spiel, oder? Kommt ihr wieder zurück und dann habt ihr schon das meiste wieder vergessen. Das ist einfach so eine mega Ablenkung von den verschiedenen Games. Diese Sucht und alles. Die einfach manchmal auch ein bisschen hindern. Ja, alles zu verstehen immer wieder. Und deshalb sind auch viele Live-Stream- und Let's Player relativ... Cool. Ja, relativ unerfahren oder ja, nur big beim Spielen. Weil sie immer wieder andere Spiele live-Streamen und Let's Playen müssen. Also, sie sehen einfach so aus. Aber sie sind eigentlich ja Profis, nur haben sie es einfach schwer. Und ich sehe immer wieder Live-Streamer, die ganz viele Spiele pro Tag spielen. Und die können manche die Steuerung nicht mehr. Und können sie irgendwie etwas nicht mehr so gut auswenden. Zum Beispiel eine Tastatur-Combo oder so sagen. Aber das macht auch Spass. Man muss ja nicht immer die besten Profis schauen, oder? Ich finde es langweiliger, wenn ich Profis zuschaue, als wenn ich Noobs zuschaue. Es ist einfach viel spannender, oder? Also, Noobs nicht unbedingt. Aber eben, wenn sie abgelenkt sind von anderen Games sozusagen, oder vom Reden. Ich sehe immer wieder zum Beispiel bei GenX oder so, dass er manchmal auch Fehler macht. Oder bei, ähm... Ja, grossen YouTubern. Die machen auch mega Fehler, man. Ich meine, in den Spielen. Also, es ist nicht immer so, dass man halt immer gut spielen kann. Obwohl man eigentlich als einzelne Person auch immer das will. Und... Jo... Meistens schauen ja auch eher Leute zu, die das Spiel gar nicht kennen. Und deshalb sehen sie es auch nicht unbedingt, dass es mega gut sein muss, oder? Also... Profis werdet ihr wahrscheinlich eher sehen, wenn ihr... Ja... Gute YouTuber mit Schneideprogrammen und alles mögliche setzt. Und dann wird einfach alles snoobiger rausgeschnitten. Und das ist dann ein Fake, oder? Dann schaut ihr eigentlich Fake-Zuschauer zu. Äh... Ja... Stimmen oder Let's Player zu. Was ist jetzt diese... Ding? Also, haben wir jetzt das abgeschlossen hier? Ich komme gar nicht draus, das ist so kompliziert. Ich werde dieses Gebiet nochmal entdecken, aber das habe ich jetzt gerade nicht mehr entdeckt. Oh, ist das so kompliziert gemacht. Also dieses eine Portal scheint nicht mehr da zu sein, das ist kaputt gegangen. Sollte eigentlich hier oben gewesen sein. Aber es ist nicht mehr da. Könnt ihr mir das erzählen, wieso das weg ist jetzt? Wir haben die Bosse besiegt. Also wahrscheinlich, wenn wir die Bosse besiegt haben, ist es dann weg. Oder? Ich verstehe es nicht. Ja, dann müssen wir halt nochmal so ein bisschen suchen. Ja, es ist wirklich weg. Okay. Haben wir jetzt das Gebiet abgeschlossen? Könnte sein. Also nur gewählt heraus. Weil das Gebiet hat sonst nichts zu be... Ist er noch nicht fertig oder was? Und wieso ist jetzt gerade wieder mein Hals so... trocken? So. Jetzt ist es gemessen. Ja. Hals befeuchten. Gut. Also. Und viele YouTuber und Let's Player haben auch Handicaps. Und ich verstehe nicht, wie so Leute, die keine Handicaps haben, besser ankommen, als Leute mit Handicaps. Ich habe zum Beispiel das Handicap, dass ich manchmal einfach trockener Hals habe. Es liegt wahrscheinlich an der Wohnung. Und am... Ja. An der Umgebung. Also dass ich nicht so oft das Fenster offen lassen kann. Und viel Ablenkung auch habe durch die... ...beschiedenen Nachbarn und so. Also meine Schwester und mein Vater zum Beispiel. Oder die unten dran, wo wir immer die ganze Zeit leer machen. Und ein Kind haben mit Down-Syndrom. Das ist sehr laut immer und so. Das ist ja... Entwicklungsverzöger, denke ich mal, oder so. Und schreit dann halt die ganze Zeit herum und so. Oder draussen die ganze Zeit so mega PS-Schleudern, die mega leer machen. Oder der Zug, der immer quietscht bei uns, weil da eine... ...ja, Industrie-Haltestelle ist. Also es ist nicht so ein Industriegebiet, es ist eher Eisenschmerze. Und so, und die Eisenschmerze ist laut und dann halt die Züge, die bremsen und quietschen. Und ja, die grosse Natur natürlich. Man hört immer wieder Rappen. Und Rehe oder so, die so äh, machen. Und halt Katzen. Und Hunde. Hundebellen ständig. Hundebellen, 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 hundebellen. Ich hab's halt momentan nicht so perfekt, aber wieso hat Leute eigentlich immer perfekt sein müssen, ist mir ein Rätsel, oder? Weil ich schaue am liebsten YouTuber und Twitch-Livestreamer, die eigentlich so ziemlich irgendwie eine Macke haben oder so. Also einfach ein Problem haben. Ich finde es sogar besser, wenn sie ein schlechtes Mikrofon haben. Ich weiss es nicht, ich kann dieses Bass-Zeugs gar nicht so gerne gut hören. Ich höre es mir gerne, nicht gerne an. Und deshalb, ja, bin ich halt auch jemanden, der eher, ja, nicht so beliebte YouTuber und Twitcher schaut. Und andere Programme verwende ich halt nicht. Also ihr wisst ja, diese Streaming-Plattformen, die so komischen Namen haben oder einfach für niemanden so sichtlich sind, die mache ich gar nicht. Wieso? Ich will ja keine Plattform wechseln, ich will andere YouTuber oder Twitcher finden. Das mache ich ja jedes Mal wieder, aber dann habe ich wieder das Gefühl, ja, das ist nicht so meine. Man muss halt immer einen finden, der für uns ist, oder? Und ich hoffe, ich bin hoffentlich auch ein bisschen etwas für euch, sonst dürfte ich gerne am besten. Ich habe jetzt auch wieder das Gefühl, wir wollen weniger wieder zuschauen, weil ich nicht mehr die Spiele mache, die sie gerne haben. Aber ich kann halt nicht so etwas dafür, weil ich meistens auch eher Games spiele, die ich auch wirklich liebe. Und wenn ihr eben Dinge wollt, dann dürft ihr mir gerne das auch als Request an, ja, die Kommentare schreiben, was für ein Spiel ihr sehen wollt. Ich mache liebend gerne für euch eine Veränderung, also spiele gerne andere Spiele. Vielleicht finde ich ja dann auch wieder ein besseres Spiel. Nur wenn ihr halt mir nichts sagt, was ihr genau sehen wollt, ja, seid ihr da halt wieder ein bisschen enttäuscht von mir, weil ich dann irgendwie wieder meine eigenen Spiele spiele. Also jetzt bin ich ja momentan extremer Fan von Last Epoch und wird auch gut geschaut, aber ich habe irgendwie das Gefühl, halt andere Games werden dadurch weniger. Weil ich natürlich auch nicht immer so viel Zeit habe. Also, ich hoffe einfach, das Video wird ein bisschen besser in der nächsten Zeit, dass ich nicht so viele Abos wieder verliere oder Dislacks bekomme. Aber ich habe halt immer wieder viele Kollegen, die auch mich ein bisschen weg dazu abbringen, überhaupt aufzunehmen. Es kommen weniger Videos und in Livestreams muss ich halt auch schauen, dass jemand hat diskutiert, also kommentiert. Weil, dann weiß ich auch nicht, ja, soll ich jetzt gerade Livestreamen, oder? Also, am besten einfach ein bisschen eure eigenen Ideen oder so reinbringen bei meinem Kanal, weil ich bin interaktiv und werde das auch immer bleiben. Ihr seid meine Könige, nicht ich bin euer König. Ja, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr Erfolg haben. Aber jetzt kommt ja dieser GTA Online. GTA 5 Rollerplay-Server, meine ich. Und das wird wahrscheinlich relativ ähnlich wie Last Epoch werden. Also, ich habe das Gefühl, wir könnten mit gutem Plug-In-Entwickler, das werde ich bekommen durch den einen Bruder HD, der unterstützt mich da riesig, dass wir da einfach GTA in eine Art Action-Rollenspiel machen. I can slay. Das hat, glaube ich, noch niemand gemacht, hoffentlich. Und einfach, dass wir mehr Motivation haben, aber dennoch auch relativ viel Rollerplay machen, also viel zusammen machen müssen und so weiter. Also, essen, trinken, Job machen und so wird immer noch da sein. Aber auch gegen Monster sich verteidigen. Also Monster werden wir am Anfang noch nicht machen können, aber eben töten Tiere und andere Gang und Mafia und so. Das ist relativ ähnlich wie Last Epoch. Nur halt in der Gegenwart. Also es wird schon viel auch so sein, dass es viel auch wieder in die Vergangenheit geriet, da wir dann ja auch nicht so viel in die Zukunft gehen können, wenn wir sehr viel gehen. Ja, sehr viel machen müssen, also sehr viel Rohstoff wieder sammeln müssen und so. Dass es so ein bisschen ein Endgame-Feeling gibt, dass die Menschheit so ein bisschen am Ausrotten ist. Aber deshalb auch ein bisschen mehr zu tun haben, mehr Spass haben, ne? Wir müssen ja uns verteidigen irgendwie. Und das wird hoffentlich sehr gut werden. Also ich werde die Maps machen, also die verschiedenen Karten auf der Map. Also Erweiterungen, also wir machen einfach Inseln am Anfang. Dann vielleicht ein ganz grosses Festland, wo es friedlich hergeht. Und einfach diese vielen Inseln, wo es einfach gefährlich, ja, ab und zu, also ja, schon eigentlich immer wieder abgeht, oder? Also, dass ihr dort halt einfach Rohstoff versammelt, aber euch auch gegen Monster verteidigen müsst, weil die Monster dort einfach aggressiver sind oder so. Dass sie hoffentlich sehr sparsig werden. Und wenn ihr mal keinen Bock habt auf das... Oh, das hat jetzt Schaden gemacht. Ja, das sind diese Blutwerfer. Ähm, dass ihr... Ja, wenn ihr keine Lust habt, dann in eine friedliche Zone geht und zum Beispiel um eure Familie kümmert, wenn ihr eine Familie machen wollt. Oder wo ihr einen Shop kümmert, der zum Beispiel, ja, das mit Logistik zu tun hat zum Beispiel. Dann geht ihr ins gefährliche Gebiet, holt dort Rohstoffe ab. Ihr müsst euch halt ein bisschen verteidigen. Aber dann kommt ihr ins friedliche Gebiet und könnt dort, ähm, ja, in Frieden herumfahren, bis ihr dann wieder bei eurem Lagerhaus seid oder so. Oder ihr seid Polizist und müsst euch um den Frieden kümmern im friedlichen Gebiet. Polizisten müssen dann im gefährlichen Gebiet eigentlich nichts machen. Dann habt ihr dort auch nicht eure Gesetze als Polizist. Und so Sachen. Das ist... Ich weiß jetzt nicht, wieso das jetzt noch nicht bei anderen selber kam. Auch weil sie natürlich nicht so gute Fragienentwickler haben oder so aktive Fragen. Also das wäre einfach mal ein bisschen etwas verändern bei GTA. Das wäre ein dringender Wunsch. Und genau so ist es ja meistens so, dass in GTA Online alle andere ermorden und, ähm, ja, Kindl. Und das würde ich ja ein bisschen wegmachen. Ich will ja einen Grund geben, dass Menschen nicht so gelangweilt sind und nicht so Kinder. Weil der Server sollte ja schon auch ab 18 oder so sein. Also, ich möchte jetzt auch keinen KD-Server machen. Dann sind wir jetzt erwachsen und dann wieder sauer drauf, dass wir keinen erwachsenen Server machen. Äh, wir sind, glaube ich, früher falsch gelaufen. Gehen wir wieder zurück. Ich sehe das immer schlecht. Also diese Teile müssen irgendwie ein bisschen, ja, ersichtliches, ersichtliches sein. Aber wie kommen wir denn da drüber? Hä? Äh, wir müssen noch mit Alrik reden. Besser müssen wir da nicht irgendwie... Ja, das sieht man nicht. Also in Last Epoch habe ich am meisten Quest-Folge-Probleme. Das kann doch nicht sein, dass ich in diesem Mod eigentlich so Probleme habe, immer die Quest-Orte zu finden. Weil ich wahrscheinlich einfach gewöhnt bin. Also hier ist er nicht. Oder geht's hier noch runter? Nö, jetzt bin ich gerade ein bisschen am strugglen. Wo muss ich denn hin? Ich wohne auf den Ecrobate Main Quest. Dann schauen wir mal hier bei Quests. Enter the lower servers. Also wir sind dann eben vorbeigelaufen, wahrscheinlich. Okay. Verstanden. Hä? Mit dem habe ich doch geredet. Okay, dann müssen wir leider nochmals hochlaufen. Also in der Aquaduktenwiesen später. Ja, also die sind dort, wo wir jetzt hingewiesen. Also wir haben jetzt einfach nochmals vergessen, hier zu reden. So kleine Sachen sind einfach fatal, weil wir dann wieder zurück müssen. Nur wieder alle Gegner da sind. Das ist nicht so gut. Das war ich wieder halt ein bisschen zu fest abgelenkt. Durchs Reden. Aber ich mache mir natürlich immer auch Gedanken über das Reden. Dass ich nicht irgendwelche scheiße Sachen erzähle. Oder ja, dann irgendwie auf Rechtsextreme oder auf Sachen, die irgendjemanden treffen redet oder sonst irgendwas. Ich bin zwar eben gar nicht rechtsextrem. Ich bin eher linksextrem. Aber ich habe immer so das Gefühl, manche Menschen erfahren dann wieder irgendwas und gehen dann auf mich los, obwohl ich gar nicht das eigentlich gesagt habe. Also halt immer dieser Clinch mit rechtsextremen und linksextremen Leuten, die nicht zufrieden sind mit dem anderen. Und dann auf einem herumracken, obwohl man eigentlich gar nichts Schlimmes gesagt hat oder gar nichts gesagt hat. Das ist auch eine Sache. YouTube ist voller Rechtsextremisten. Voller Linksextremisten. Voller Grüne und alles mögliche. Dann erzählt man irgendwas und dann wird man gemobbt. Ich weiss es nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man darf niemanden irgendwie Vorurteile sagen oder so. Sie werden sofort wütend. Wenn ich erzähle, ja, ihr versteht jetzt zum Beispiel Schweizer Witze nicht oder so, dann meine ich alles. Ich sei rechtsextrem. Wieso bin ich rechtsextrem, wenn ich einfach erzähle, wie wir Schweizer halt auch ein bisschen um andere denken? Wir Schweizer sind einfach so. Wir werden vollgelabert und beleidigt und sonst ist es egal. Aber in Deutschland, sie werden beleidigt, so viel ist es ihnen alles schlimm. Das ist einfach der Unterschied, oder? Und so kommen eigentlich immer wieder Deutsche und Schweizer aneinander. Das ist einfach dieses verschiedene Denken, was ich in letzter Zeit einfach gesehen habe auf YouTube. Schweizer und Deutsche oder ja, Franzosen oder so, die können ja nicht... Es ist halt einfach die Sprache die gleiche, so relativ, oder? Zum Beispiel, die Österreicher sind da viel lockerer. Die sehen die Schweizer auch als ein bisschen Unterhaltung an. Also ja, wir sehen ja auch die Österreicher als ein bisschen Unterhaltung an. Ein bisschen locker. Aber dann kommen halt wieder die Leute aus dem Ruhrpott oder aus Berlin oder so, die denken ganz wieder anders. Also das ist meistens halt das Problem, an denen die Zoff suchen, aus denen die Zoff erleben, bekommen. Und das ist an Deutschland recht populär scheinbar. Wenn wir irgendwelche schwarze Witze machen, Zoff, da werden wir angegriffen. Wir Schweizer machen halt gerne ein bisschen schwarze Witze. Das heisst nicht, dass wir rechtsextrem sind. Nur, dass wir halt ein bisschen Gags mögen. Und ich tue niemanden angreifen. Ich sage nicht, ja, die Norddeutschen sind da ganz flach oder so, weil sie keine Gebirge haben. Ne, das ist einfach, das ist ein Scherz. Und da sollten eigentlich die Deutschen meistens nicht darauf reagieren müssen. Habe ich aber letztens irgendwie etwas falsch gesagt. Was die Deutschen einfach nicht verstehen, also einfach einen Satz falsch formuliert, aber in der Schweiz, das richtig formuliert ist. Dann haben alle angefühlt, du bist ein scheiss Schweizer und so. Wieso? Nur weil ich irgendeinen Satz falsch formuliere, bin ich nicht ein scheiss Schweizer. Ich bin halt einfach schon ein Schweizer und darf das auch richtig falsch sagen. Da habe ich dann halt sehr lange darüber erzählen müssen, bis ich es verstanden habe. Aber das heisst ja nicht, dass sie irgendwie anders denken, schlecht denken oder so. Sie denken einfach anders, weil sie so erzogen wurden oder es so gelernt haben, dass alles richtig sein muss. Aber dass Leute, nur wenn jemand irgendwie etwas falsch formuliert, angegriffen wird, oder jemand schreibt irgendeinen Zahlendreher, gibt es ja immer, also ein Buchstabendreher, gibt es ja immer wieder, dass zum Beispiel ein L mit einem O oder so ein E mit einem R verwechselt wird. Sofort alle angegriffen werden. Ist das die heutige Jugend? Oder ist das einfach diese Berufswahn, dass alles richtig sein muss? Ja, wir sind ja in der Schule gewesen, müssen alles richtig formulieren und schreiben können. Und das ist ein bisschen doof in letzter Zeit geworden. Ja, jetzt muss ich kurz schauen. 30 Minuten. Ja, ich habe es langsam in meinem Kopf. Ich habe jetzt hier oben nicht auf die Zahl geschaut. Das mache ich ja nicht so gerne. Aber ich kann irgendwie so langsam die 30 Minuten machen. Also wir haben jetzt hier einen Waypoint, dann machen wir den nächsten Part. Bis gleich. Oder ja. Bis euch, ich denke, zwei pro Tag werden es noch werden. Das soll ich eher ein pro Tag machen, weil ihr nicht so nachkommt. Schreibt es mal bitte in den Kommentaren. So. Auf jeden Fall habe ich sehr viel Spaß. Also ich werde eventuell noch ein Livestream heute Morgen machen dann. Ja. Und jetzt einfach noch die Kampagne durchspielen mit euch. Genau. Bis dann. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.